Gut, gut, ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt mal leiden. Moment, hör. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Ritual? Vorbereitung? Nee. Krakasulku. Kalador. Scheine dir nicht. Hexen, ja, okay, gut, das ist ein bisschen schwierig, das müssen wir ja auf verschiedene Inseln. Äh, da ist die Plünderer. Ja, genau. Nee, das ist Morholtz. Wo ist er denn? Oh, in Frieden. Was ist denn jetzt hier, die Geschichte ist ja auf die andere Seite, äh, andere Seite müssen. Äh. Was ist denn das hier? Ja, das ist ja das mit dem Generator. Aber ich finde es gerade einfach nicht, wo wir diese einzelnen Punkte finden müssen, oder sind die generell auf der Karte eingezeichnet. Wo seid ihr die Steine vermuten? Die Teleportsteine. Weil bei den Megern hier irgendwo war ja auf jeden Fall noch so ein Ding, wo wir einen Stein einsetzen können. Aber ich wollte die Quest dazu finden, damit ich mir das anzeigen lassen kann, wo die ganzen Teleportsteine rumliegen. Okay, gehen wir jetzt mal zur Küste und Vogelbunds. Wo wir wieder einen Begleiter haben und Heilung. Hier ist alles sehr friedlich. Aber wir haben ja schon alles recht gut befriedet hier. Also ich weiß noch von einem Teleporter, wo wir einen Stein einsetzen können. Aus dem Kopf, wie gesagt, das war ja bei den Jägern da oben. Aber ansonsten... ...wiss ich jetzt gerade nicht. Aber ich muss das schon auf der Karte finden. So, da ist Buntz. Das ist doch hier unser Freund. Ne. Da. Der dunkle Krieger Drake gab mir eine Schatzkarte von deinem Großonkel. Das ist alles? Das kann doch gar nicht sein. Was hat der große Randolf von Driel mit stinkenden Schatzkarten zu schaffen? Tja, vielleicht hat er seinen Leuten nicht vertraut und seine Habe irgendwo vergraben. Das passt doch gar nicht zu ihm. Das ist doch eher was für... Das sehen wir, sobald wir den Schatz gehoben haben. Oder hast du eine bessere Idee? Wir haben ja nichts anderes. Dann lass uns danach suchen. Gut, dann nehme ich ihn mit. Komm mit. Ja. Dann doch nicht Buntz. Nee, die Steuer wollen wir nicht. Ähm. Das muss hier irgendwo sein. Dann machen wir das mit den... Was war das? Nee. Das machen wir. So. Ah, da oben müssen wir hin. Die müssen wir so beseitigen. Dann machen wir das. Können wir eigentlich hier noch irgendwelche neuen Quests jetzt bekommen. So, wo wir dem Murnäger sind. Widerlich, dieser Gestank hier. So schlimm ist es auch nicht. Hoffentlich verfliegt er wieder. Dieser Fischgeruch ist alles andere als erträglich. Oh, da ist ja mal einer. Nö. Er hat nichts zu erzählen. Boah, was liegt denn da? Okay, da ist nichts zu mitnehmen. Ja, dann gucken wir, dass wir diese Geistergeschichte da erledigen. Vorsicht lang. Ja, weiter. Dann gleich links. Ah, du brauchst echt mehr Power unter den Füßen. Dann hier rüber. Und hier hoch. Dann mal eben nochmal speichern. Weil wir dürfen ja hierbei nicht fehlen. Hier rüber, ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich schon... ...mitten in denen drin stehe. Ist ja blöd. Und da oben ist ein Lagerfeuer. Alles hinter da, wo die Jäger sind, ne? Ja. Da sitzt noch einer. Überall auf Kalador ragt kalter Stein aus dem Boden. Und jetzt guck dir diese Hütte an. Gefällt sie dir? Pfff. Deine Festung wäre mir lieber. Ja. Und hier irgendwo war auch der Teleporter. Ah, ich glaub das sind die Typen, die wir killen müssen. Da auch. Ah. Komm, dich krieg ich. Gut. Einen haben wir. Dann da speichern wir auch jeden einzelnen ab. Nur um nochmal sicher zu gehen. Komm, 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 komm. Bam. So, wieder speichern. Ah. Und neuer Speicherstand ist nicht so schlimm. Aber hinter uns ist noch einer. Da, irgendwo. Ein bisschen blöd. Ich sehe hier in dieser bescheuerten Sicht nichts. Da ist er. Erwischt. So. Ah, ich glaub da ist das Teleport-Dingen. Ja. Geh doch. Sag ja, hier war auch einer. So. Das war mit, haben wir hier drei. Ich weiß nicht, hier unten war, glaub ich, keiner. Ob hier noch irgendwo einer ist? Kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch einer ist. Ich weiß es nicht. Ich muss gucken, dass ich das auf der Karte krieg. Gucken wir aber erstmal. Dass wir noch die anderen Geister da erledigen. Die? Ja. Oh, ich hasse es. Und richtet die Kamera einfach dann. Da drauf müssen sie sein. So, da hinten ist noch irgendein Viehzeug. Ich hoffe nur, dass es uns nicht stören wird. So, die kommen auf uns zu. Den da können wir killen. Der läuft schon in die falsche Richtung. So, den haben wir. Ich hasse diese Sicht, ey. Du siehst ja gar nichts. Alles diese blöde, rote Schleier da. Das ist echt nichts Schönes. Jetzt können wir aber hinter dem hier kommen. So, fehlt uns nur noch einer. Und der ist... Da... Guckt, aber... Ey, komm, spring da rauf. Spring da rauf, hör auf, rum zu fuchteln. Ah ne, es geht ja in die Richtung. Das heißt, wir kriegen jetzt schön von hinten... Alle down. Ich habe alle Geister erwischt. Ich sollte zurück zu Drake gehen. Ja, vor allem erstmal diese blöde Sicht hier ausmachen. Gucken wir mal, den Rammer da killen. Das ist glaube ich, ein Rammer, ne? Bäm. Das stört den Rammer gar nicht, dass das bitte ist. Stört es ihn doch. Hey, Edward. Könntest du mal mitkämpfen hier? Hey, es ist... Manchmal sind die echt so dumm. Einer ist immer der Stärke. Ja, und dann... ...den Kilometer weit wieder weg. So blöd. Ähm. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Nein. Nein. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Gucken wir uns mal auf der Karte oben. Da oben sollen die sein. Ah, da würde ich ja sowieso gucken gehen, ob da ein Portal ist. Gehen wir am besten, glaube ich, hier so lang. Das Praktische ist, dass die alle auf einem Fleck zu sein scheinen. Könnte mal einer der Licht hier anmachen. Da sieht man ein bisschen mehr. Okay, hier ist erstmal sowieso nix. Ja, auch nicht. Da werden die Blünderer sein. Ein Portal oder so versteckt sich hier auch nicht. Speichern wir erstmal nochmal. So. Ah, da kann ich was einsammeln. Ein Apfel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sind die direkt feindlich, oder... Hey, Kleiner, das hier ist Privatbesitz. Wäre besser, wenn du deinen Hintern zurück in die Taverne schwingst. Da gibt's bestimmt ne Hure und ein kühles Bier für'n Typen wie dich. Geh mir nicht auf die Nerven. Oder es wird ungemütlich. Schon gut, schon gut. Beruhig dich erstmal. Bevor wir die Viecher mit unserem Gelaber aufscheuchen, sollten wir uns besser von hier verziehen. Ist nicht gerade sicher, hier zu quatschen. Wo ist es deiner Meinung nach denn sicher? Ich kenne ein gutes Versteck ganz in der Nähe. Da bist du geschützt und läuft nicht Gefahr, als Futter zu enden. Warum bist du nicht in der Taverne? Quatschen wie die Waschweiber liegt mir nicht sonderlich. Kann mir eigentlich auch egal sein, was mit dir passiert. Meins ja nur gut mit dir. Bring mich zu deinem Versteck. Alles klar. Hab auch sicher noch was zu fressen für dich. Soll ja keiner behaupten, ich hätte keine Manie hierin. Ja, ich glaub, der würde uns über das Rohr hauen hier. Zu seinen Freunden. Aber daraus wird nix. Aus dieser Mine... So, wir sind fast da. Nur noch ein Stück. Um mir das zu sagen, hättest du nicht halten müssen. Hätte ja sein können, dass du ein bisschen schwach auf den Knochen bist. Dann mal weiter. Vielleicht bist du Futter. Na was sag ich, da sind sie schon. So, da sind wir. Schön weit weg. Und das Beste ist, niemand wird dich hier schreien hören. Moment, was soll das? Junge, bist du langsam. Denkst du wirklich, ich teile hier auch nur den leisesten Furz mit dir? Folgst mir blind direkt in dein Verderben. Hättest du deinen Arsch zurück in die Taverne bewegt, würdest du jetzt nicht in der Scheiße sitzen. Und jetzt zieh deine Waffe, Würstchen. Jetzt zeig es dir. Tja, was? Der hat mich direkt mit einem Schlag umgehauen. Kann ja nicht sein. Aber, wie viel Leben hatte ich denn jetzt noch? Habe ja meinen Heiler nicht dabei. Mir war ja klar, was der vorhatte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der mich direkt mit einem Schlag umhaut. Oh, komm, lad schneller. Oh, die Musik ist gut. Oh, ich habe ja gar kein Leben mehr. Keine Wunder, dass der mich so umgeboxt hat. Ich dachte, ich hätte noch mindestens ein halbes Leben. Folge mir. Ja, ich bin ja auch schon umweg. Aus dieser Mine... So, wir sind fast da. Nur noch... Ja, ja. Bin schon ganz gespannt auf dein Rattenloch. Oh, ich denke, es wird euer Durchlaucht schon zu gefallen wissen. Dann mal weiter. Ja. Ja. Bin schon ganz gespannt auf dein Rattenloch. Ja.